Wir haben eine Base gegründet, ein Auto fast fertig. Was uns diese Nacht geklaut wird. Das könnte passieren. Ich glaube nicht dran. Ich muss mal gucken, ob du das Zelt vielleicht versetzen musst. Hauptsache man sieht das halt aus dem Süden nicht, unten von der Straße. Ah, geht so. Du hast es hier ganz schön aufengestellt. Geht so. Das war der einzige Baum. Das war echt der einzige Baum. Da steht das Zelt. Geh mal runter. Hä? Wo ist hier unser Case Plate Carrier? Wir hatten hier doch einen stehen. Wo ist der hin? Tja, Server Restart. Was ist weg? Ja, unser eines Mauerstück hier. Oder hat das irgendwer eingepackt? Nee. Negativ. Hm. Okay. Und wie sieht es aus mit dem? Man erkennt es. Es ist so klar gewesen, dass du das siehst. Na, wir wollen mal das machen, weil das ist so der einzige Baum hier. Ja, müssten wir das, das, das dicke Ding schon eher hier zwischen die beiden stellen. Können wir ja auch machen. Ist ja auch nicht das Problem, aber dann nehme ich mal eben alles raus, was ich reingepackt habe. Ich habe nicht mal Zugrück auf das Menü gerade abgesehen. Wahrscheinlich, weil du gerade rumspielst daran. Ich habe keinen Zugrück auf das Menü. Leih. Wie nimmt man das jetzt wieder? Ist alles raus? E-O-A. Äh, nee, ich konnte es gerade rausziehen. Wo ist hier eine Mitte? Ja. Ja, aber wo willst du das denn hinstellen? Ich stelle es jetzt erst noch mal hier hin, damit wir alles umlagern können. Boah, es wird ein heftiger Aufwand, alles umzulagern. Hallo, die Dinger stehen genau nebeneinander. Was soll das für ein Aufwand sein? Das Problem ist, ich sehe das Inventar nicht. Das Zelt ist. Ich sehe das von unserem alten auch nicht. Also ich sehe es schon. Das K-Zelt hat 500 Slots, das hat unseres sogar mehr. Was? Das hat doch 500? Ja, 500. Da kannst du nicht mal für Waffen reinmachen, da ich glaube, da haben wir zu viele für. Okay, das war doch passend. Aber ich sehe trotzdem keine Slots. Oh, darf das sehe ich? Ja, scroll mal mit der Maus. Ich kann scrollen, wie ich will. Wie ist es denn zum Scrollen bei mir? Ja. Geh mal in unserer Zeit und... Ja, fack ich die Knarren halt rein. Ich re-logge mal kurz. Oh, 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 mein Junge muss futtern. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Er zeigt mir an, dass irgendwas drin sein soll. Heil. Aber er zeigt dir kein Menü an. Was ist das denn, ey? also ich habe übrigens auch ganz viele ump max mitgenommen gehabt machen noch mehr ak max noch ein fx mac noch ein fx mac wollen wir das zelt eventuell einfach so stehen lassen das ist ja schon ganz gut geschützt jetzt durch die durch die bäume und das andere zelt eigentlich ja das habe ich ja im inventor kann ja drauf werfen so jetzt ist drauf doch doch kein Was brauchen wir für eine Feuerstelle? Feuerholz und eine Barke oder ein Rack. Aha, standest du vielleicht an der falschen Stelle, Maddin? Weil an einer bestimmten Stelle habe ich hier auch kein Inventar, wird mir nichts angezeigt. Echt nicht? Mir wird überall, egal wo ich drin stehe. Warte, ich komme gerade mal runter. Alter, der Max macht mich auch schon wieder wahnsinnig... ...zack, so. Jetzt müsste er es geordnet sein. Ich habe doch gar nichts gemacht. Weiß nicht, ey, das Magazin war anders als das reingepackt. Welches? Ich bin die ganze Zeit am Muni aus dem Auspacken. ... Was? Du willst Ärger? Komm her! Feuerholz und was noch, Vince, zum Bauen? Feuerholz und eine Barke oder ein Rack. Also Rinde? Also Rinde? Oder ein Rack? Also Rinde oder ein Rack? Vielen Dank. Ich habe die gerade leck und habe Muni aus dem Zelt rausgeschmissen. Ich habe den Zelt rausgeschmissen. Das Gun Cleaning Kit packen wir zu den Waffen natürlich. Dann ist das ja schon fertig, da ist ja nichts mehr an Waffen drin. Ich habe hier so schön aufgeräumt und zinsortiert die Munition. Was braucht man noch? Hä, spielt der Max da schon wieder rum? Ja, ich habe die Munition richtig sortiert. Nee, hattest du nicht, weil nicht genug Platz für die Waffen drin war. Das ist doch die letzte Waffe jetzt, oder nicht? Nein, immer noch nicht. Waffenanbauteile kommen hier auch rein, ne? Was meinst du, warum ich die die ganze Zeit hier weiter runter schiebe, die Dinger? Anbauteile packe ich unten hin. Habe ich noch Waffenteile? Nein, doch. Boah, hat er die Dinger alle von dem Ding wieder weggezogen. Boah, hat er die Dinger alle von dem Ding wieder weggezogen. Da lagert sich gerade alles. Das aktualisiert nicht schnell genug. Die Schrotflinten-Munni, wo hast du die hingepackt? Mach das Fenster nochmal zu. Hatte ich schon eben und das, ne, tut es eben nicht. Ich sehe es, die Schrotflinten-Munition liegt jetzt unter den Pistolen, die du da reingelegt hast. Ja. Nee, also, die liegen im gleichen Feld bei mir. Lö. Ja, also, wenn ich... Ich habe noch Munition, eine Mine und Waffen-Clean-Kittel alles reingeschmissen. Loll, wenn ich die Munition da wegnehme... Loll. Wenn ich die Waffe da wegnehme, kann ich die an der Munition wieder rumspielen. Aktualisiert bei mir ja nicht. Muss ich mal woanders hingehen? Nee. Jetzt. Ja. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Die habe ich jetzt wahrscheinlich da rausgenommen, aus der Lücke. Oh, hier sind ja zwei, drei Magazine, die nicht beladen sind. Ich nehme die mal raus und lade die durch. Was braucht man alles, um Feuer zu machen, Vince? Man braucht immer noch ein Feuerholz. Und ein Rack oder eine Bandage oder... Ja, dann hast du ein Feuer-Place. Und dann zum Anzünden? Ja, ähm, Dings. Ah, jetzt. Streichhörs. Ich habe, äh, nee, das Papier. War zu nass gewesen. Ich habe Neues reingemacht. Das Papier, was da drin ist, ist ja auch an total falscher Stelle. Ja, das habe ich jetzt gerade erst da rein. Das war komplett durch Netz gewesen. Das macht nichts. Ich habe vorhin auch mit nassem Papier angezündet. Okay, Rotterbarriere jetzt nicht. Okay, Munition. Magazin voll, Magazin voll. Dumm. Dumm. Warum wird dieses Militar hier nicht angezeigt? Bisschen doof, falls du an was ran musst. ACP. Vince, warum hast du die Munition jetzt, äh, so weit auseinander gesplittet? Ja, damit da vielleicht noch Platz für Waffen ist. Wäre doch auch da drunter noch gewesen, wenn man die so im Block gelassen hätte. Ja, aber wozu Waffen und dann immer so ein Gekaspel, dann machst du gleich ein anständiges System mit Waffen. Wäre doch ein anständiges System. Ne, wäre es nicht. Du machst Waffen, daneben die Magazine und fertig. So, ich hatte gerade was. Was kommt in 762x39? Wo ist denn die? Wie gesagt, in meiner Mahlzeit ist auch nochmal Munition drin. Da ist noch Muni drin? Ich glaube, ich habe alles rausgenommen, dachte ich eigentlich. Da ist noch haufenweise Magazine und Munition drin. Und Detachments. Boah. Kombinieren. Eine Insel. Wo habe ich denn das? Na, hier ist das Magazin. Dann kommt das da hin. Hochallah. Die 762x39 braucht man nur für die AK eigentlich, ne? Ja. Für andere Waffen wahrscheinlich auch. Liegt irgendwas hinter der AK? Da sind ja zwei Magazine. Okay, die werden mir gar nicht angezeigt. Da wollte ich gerade 762, Muni, hinlegen. Die 762 kannst du hier. Ich schmeiße den Magazin rein. Kannst du hier reinstecken. Okay. Liegt auf dem Boden. Passt noch sieben Schuss rein. Jo. 20 Schuss habe ich davon noch. Ansonsten haust du die halt nach da unten. Ja, geht nur nach unten, weil wenn da kein Platz ist. Dann mache ich hier auch mal so ein bisschen. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung. Ich muss, ich packe das Magazin jetzt erstmal neben die M4. Mir wird nämlich nichts angezeigt, was da oben ist gerade. Ja, da oben ist alles voll. Also neben der dritten UMP sind vier AK-Magazine und neben dem AK sind zwei AK-Magazine. So, wir haben jetzt hier acht AK-Magazine drin. Okay. Und acht UMP. Und vier FNX. Die werden mir auch noch gar nicht angezeigt, die Waffen. Warum werden die mir nicht angezeigt alle? Keine Ahnung, was da mit euren Dingen los ist, ey. Der aktualisiert nicht schnell genug. Also der kommt nicht hinterher. Siehst du das, wenn ich was... Hier, wenn du ganz runter scrollst, liegt bei mir eine Landmine direkt in den gleichen Feldern wie ein Schleifstein. Bei mir nicht. Richtig komisch. Ich hab zum Beispiel, die Schleifsteine sind über den Weapon-Clinik jetzt und unten und die Dings. Boah, alter, heftig viel Muni noch. Hab ich gar nicht gesehen, eben. Nimmst du gerade Muni raus? Ich mache gerade gar nichts. Warum soll ich Muni rausnehmen, wenn ich auf das andere Zett nicht zugreifen kann? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, wer neben mich gegangen ist. Ich dachte, das wäre Vince. Nein. Ach, hier sind noch Scopes. Dann nehme ich die mal raus, eben. Was ist das hier? Und Berett. Ich starte das Game komplett neu, ey. So. Rüstungsteile? Wollen wir Rüstungsteile hier drüben lassen oder auch rüber? So, den Helm und die Plate Carrier. Lassen wir hier, oder? Die nehmen voll viel Platz. Ja, ja. Weil hier ist noch nicht. Willst du das Papier, was wir alles aus den Boxen rauskriegen, behalten? Ja, ist halt gut zum Anzünden, ne? Okay. Von Feuer. Also, ich mache mal die Boxen noch weiter auf. Ich finde das irgendwie cooler, die ausgepackt zu haben, eigentlich. Also, sollst du noch mehr Müll machen? Ja. Noch mehr Slots belegen? Als muss. So, ich packe mal nochmal zwei M4-Magazine rein. Ähm, ich würde mir davon eins schnabulieren, wenn du nichts dagegen hast. Dann hätte ich drei Magazin insgesamt. Ach, so ein Gierlob, ne? Wieso, du hast doch selber fünf, oder nicht? Was? Ja, was meinst du, warum ich zwei davon da reingepackt habe? Damit du dann drei hast. Damit ich nicht so viel rumschleppen muss. Ne, vier hab ich. Äh, zwei. Ach so. Reicht doch, ne? Normalerweise auch, wenn du in so ein Fight reinkommst, wird sich das wahrscheinlich in den ersten ein bis zwei Magazinen klären. Dann musst du noch ein bisschen einzelne Muni mit, und dann passt das, ne? Das, Alter, allein was wir an AK-Magazinen haben, ist einfach heftig. Und UMP, ey. Okay, du hast recht, ich packe nicht weiter aus. Ich habe jetzt nur ein paar noch ausgepackt. So, kann ich die jetzt... Jetzt, ah gut. Ah, jetzt hat sich das bei mir ein bisschen aktualisiert. Geht doch, hä? ACP, habe ich noch ACP hier? Ich habe noch ACP. Noch mehr ACP. Und... Noch mehr ACP. Dann lege ich die 556 direkt unter. Hier habe ich noch Diesel-Muni und Diesel-Muni. Und Diesel. Ich habe noch mehr ACP, äh... Alter, ACP haben wir echt viel. Ja. Und Mats? 762 mal 39 liegt da. Upsala. Verklickt. 4084. Tag 5. 05. Eing. Vielen Dank.